Ich muss den normal setzen. Hat er nicht genommen, weil ich habe gerade vorher refresht. Aber er hat er genommen. Passt schon, wird gekillt vom Anton. Echt? Du glaubst, dass ich von einer Kalaschnikov gekillt werde? Mal schauen, was zutrifft. Ich mag den Revolver auch nicht. Der Revolver, du brauchst die sechs Schuss. Okay, die müssen aber sitzen. Von den sechs Schuss müssen drei sitzen. Ja, drei. Nee. Ich brauche ein Schießeisen, Leute. Ich brauche ein Schießeisen. Ich brauche ein Schießeisen. okay dann genommen die zeit war schon um Die Zeit war schon mal, zwei Minuten Zeit zum wetten, zwei Minuten. Das Multi-Betting funktioniert irgendwie nicht so richtig, ich verstehe es nicht warum, jetzt muss ich mir selber das ausprobieren, warte mal, ja aber noch die eine Option, die andere als später gewettert, eh es trotzdem nicht, ich meine, so funktioniert ja das Wettsystem, aber das irgendwie noch ein bisschen, 45 Sekunden noch. Ja, das hat er genommen, ja das hat er genommen, 23 Sekunden noch auf deinen Nacken. All in. 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 Ich habe genug Chips, ich kann verteilen wie ich sie will. Ein bisschen weg. Ich kann verteilen wie ich will, ich habe genug Chips auf der Hand, ich kann es mir immer wieder neu machen. Ich kann verteilen wie ich sie habe. Ich hab genug Chips auf der Hand, in dem Sinne, so ist es nicht, also ich kann schon mal Runde verteilen, das ist nicht das Problem, außerdem kann ich immer wieder neue Chips eintragen, wenn wir wirklich mal die Chips ausgehen sollten, also, war aufgeschissen, in dem Sinne. Ich hab genug Chips ausgehen, das ist nicht, also, war aufgeschissen, in dem Sinne, ich hab genug Chips ausgehen, das ist nicht, also, war aufgeschissen, in dem Sinne, Das war alles gut. Das war die Knoppen. Da war die Knoppen. Das war die Knoppen. Das war die Knoppen. Vielen Dank. Das Spielchen gibt es jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Alles zum Schreddern. Das Spielchen gibt es jeden Dienstag. Das Spielchen gibt es jeden Dienstag. Das Spielchen gibt es jeden Dienstag. folge habe heute in der nacht auch hier hochgeladen von vom stream okay laufen wir zur tankstelle das heißt ich muss noch es ist es ist es 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 und es 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 d Danke, war nicht nötig gewesen in dem Sinne, sagen wir mal so, das was im Stream passiert, das passiert. Wenn es einem gefällt, dann gefällt es einem, wenn es einem nicht gefällt, dann gefällt es einem nicht. Und ich werde in Zukunft eh noch meine Streams hochladen, weil für YouTube selber habe ich in dem Sinne gerade Zeit und entweder du konzentrierst dich auf das eine oder das andere und YouTube stirbt eh schon ein bisschen in dem Sinne aus, außer jetzt mit technischen Videos vielleicht, so Marke, ja, Messer machen und alles drum und dran, oder CNC-Technik in dem Sinne. Da hat man vielleicht jetzt noch eine Chance in den nächsten paar Jahren, wo ich da vielleicht ein Mittel mit anfangen werde, also dann mit meinen eigenen Produktionen.